Der Weiße ist wie das Haustier, das seine scharfen Sinne fast verloren hat. Der Indianer aber ist wie das Wild, das auch mit der Seele hört und sieht. Das Wild weiß genau, wann der Tod ihm naht. Die Apachen sind unsere besten Freunde. Bleichgesichter! Bleichgesichter haben auf uns geschossen! Nur mit etwas Glück konnten wir ihn entkommen. Winnetou, sieh endlich ein, dass die Weißen nur Unheil über unser Land bringen. Das war aber verdammt knapp, uns die Indianer auf den Hals zu hetzen. Ihr werdet noch ganz andere Sachen zu bewältigen haben. Redmander. Ich werde ihn für unsere Zwecke einsparen und er wird es nicht einmal merken. OWN Untertitelung des ZDF, 2020